Heute sind wir in Hohheim bei der Familie Konrad. Mir ist es wichtig, dass wir die Landwirtschaft fördern, unterstützen und dass sie auch ihren gerechten Lohn für ihre harte Arbeit bekommen. Die Regionalität, die regionalen Produkte sind enorm wichtig und wir dürfen nicht vergessen, die Landwirte ernähren uns. Ich stehe voll hinter den Themen von Jan Konrad, der gleich im Anschluss seine Forderung an die Politik nach Stuttgart und Berlin äußert. Hallo, wir sind hier in Hohheim. Mein Name ist Jan Konrad. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit Agurbau und Weinbau. Mir ist wichtig, dass in der Agrarpolitik die Vorteile von der konventionellen Landwirtschaft berücksichtigt werden. Ich habe oft den Eindruck, dass die konventionelle Landwirtschaft viel zu nachteilig betrachtet wird. Das finde ich eigentlich schade. Was mir auch wichtig ist, dass die Landwirtschaft nicht allein als Hündenbock für alles Mögliche dargestellt wird, sondern dass bei neuen Auflagen für den Umweltbereich auch die Gründe in andere Bereiche untersucht werden.